Guten Abend, hier ist Sonny21. Heute ein neues Spiel, das nennt sich Dark'n Dawn. Däumchen hoch, abonnieren und wir starten gleich sofort. So, welchen Hund nehme ich denn? Hm, ich nehme den Dobermann. Geben Sie den, ja, was ist denn das? Weibchen? Menschen? Hm, ein S. Wie nenne ich denn jetzt mein Hündchen? Hm, ich würde sagen, so wie meine Katzen. Das ist die, hey, die Sie. Jetzt steht da Wuffi. Ja, mache ich natürlich. So, jetzt habe ich ihn erst mal gereinigt, oder sie gereinigt, sie, die Sie. So, Ziel erreicht. Und ich spiele das Spiel heute zum ersten Mal. Ich kann noch nicht viel dazu sagen. Jetzt erzählen. Sie haben gerade ein Vergrößel bekommen, lassen Sie uns ihn pflegen. Okay, machen wir doch. Soll ich da irgendwo was klicken? Hunde Krippe. Eine Hunde Krippe. Cool. Das ist alles so klein. Ach so, ich dachte, es ist kostenlos. Und züchten kann man auch, wie ich sehe. Oh, ich bin niedlich. Aber sind sie alle, wenn sie klein sind? So, dann bist du Danny. Passt eigentlich nicht, weil eigentlich ist mein Kater ziemlich dick. Oder sie traurig aus, wenn wir mit ihm aber gleich mal glücklich machen. Tut, 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 tut. Ok, denn wählen wir ein Hundepaar zum züchten aus. Wählen sie zum züchten. Ok, aber das passt doch nicht, oder? Terrier gegen Dobermann? Was soll da rauskommen? Ohlalala, hui. Aha, ok. Ich kann mir noch nicht vorstellen, was da rauskommen soll, aber gut. Dobermann und Terrier. Gut, dann drehen wir mal hier unser Glück. Gewöhnliches Glücksrad für Zwerghonda. Mal gucken, was wir kriegen. Achso, zum Stoppen müssen wir natürlich auch drücken. Oh, ein Belli. Na, bleibst du da? Ein Belli ist sehr. Mhm. 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 Achso, die sind fertig mit Liebe machen, ja? Gut. Dann wollen wir gleich den nächsten uns holen. Man muss ja nicht jede Hunderasse mögen, ne? So, ja. Ein Fressnapf wäre natürlich wichtig. Und was zu trinken eigentlich auch, ne? Achso, das ist Premium, Premium. Die Farbe kann man nicht wechseln, ne? Also, die Couch kann man auch hin und her verschieben, das ist ja gut. Ja, mach mal da hin. So weit weg und doch so nah, ok. Was soll man jetzt? Wände kaufen. Gut, dass ganz viele Wände gezeigt werden. Hm, boah, dann nehmen wir das doch passend. Zu trinken haben die aber immer noch nichts, ne? Bodenbelege. Kommt jetzt auch noch Himmelblau? Nein, kommt nicht Himmelblau, gut. Sowas wie eine Art Rosa. Gut, dann haben wir jetzt Punkte, Geld ausgegeben, Ziele erreicht, Essen. Und was ist mit trinken? Ne? Okay. Aha, okay. Gut. Also immer schön füttern, füttern, füttern. Und was haben wir hier? Ei, Mann, den Hunden geht es ja richtig gut. Mhm. So, was möchtest du? Achso, Entschuldigung, jetzt hast du das Falsche bekommen. Hier, natürlich, bitteschön. Ja. Achso, ich dachte, der wird jetzt noch was haben. So. Ihr werdet alle umarmen. Mehr Liebe für Hunde streichen. Ich geh mal hin. Muss ich da richtig rauf jetzt? So. Aber irgendwie kommen da keine Herzen. Ach, das Training wird auf Stufe 9 freigeschaltet. Ah, Training, genau. Aber später. Ui, hat er Hunger? Hat da jemand Hunger? Oh, du wolltest doch gerade einen Knochen, wie ich gesehen habe, oder? Ein Knochen. Okay. Haben wir. Dann machen wir hier auch mal Level erhöhen. So, haben wir auch. Einen habe ich schon glücklich gemacht. Du möchtest gerne auch so ein Knödel. Bitte. So, jetzt muss ich noch jemanden streicheln. Komm mal her. Knudel, knudel, knudel. Ein bisschen verwöhnen, aber du magst auch nicht so, ich dich schmue. Vielleicht der andere. Und noch nicht so ganz, ne? Vielleicht können wir es nachher hin. So. Je mehr Hunde wir haben, desto mehr Spaß wird es sein. Züchten ihre Hunde, um neu zu erhalten. Ich kann mir bloß nicht vorstellen, was ich davon züchten soll. Ja. Und los. Keine Ahnung. Hm. Hm. Was ist denn, dass du überhaupt trainierst? Achso, das soll trainieren. Ja. 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 Es geht ja noch nicht. Gut. Stufe zwei. Okay. Also muss man auch so automatisch immer selber. Zimmer 1. Schlafstube für Hunde. Schlafstube. Sieht so aus wie fast eine Schlafstube für Hunde. So, dann haben wir hier ein Menü. Hier können wir was sammeln und auch noch sammeln. Achso, dann gibt es hier große Hunde oder um was geht es hier? Sportliche Hunde, kleine Hunde und überhaupt meine Lieblingsrasse Pudel. So, haben wir hier schon irgendwas erreicht? Ne, noch nicht viel im Leben, wie man sieht. 4 freigeschaltete Hunde. Geht nicht, dann müssen wir erstmal, glaube ich, wieder drehen, ne? Prämium, 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 Prämium. Ok. Mit Diamanten kann man was kaufen. Prämium. Hier kann man natürlich mit Echtgeld bezahlen, was wir natürlich nicht machen. Aber da steht trotzdem nichts bei. Ich bin irgendwie... Hm. Keine Ahnung, worum es da geht. Ah, hier kriegt man kostenlos Futter. Das ist schon mal schön. Und hier ist irgendwas bereit. Kostenlos Spiel. Fertig und spielen. Ok. Ah, Futter. Das ist ja immer wichtig, ne? Futter. Nochmal Futter. Und jetzt? Hm. So, jetzt haben wir einen neuen Kockaussbaum. Das ist dann unser nächster Hund, den wir freigeschaltet haben, nachdem sie sich beide schön liebgewonnen haben. Genau, das ist der Kindergarten. So. Und sammeln. Oh, Labrador. Cool. In bisch. Braun sind die auch wunderhübsch, die Labrador. Ja, hab ich getrübt. Cool. Jack Russell. Sehr gut. Aber wir haben die noch nicht zu trinken. Hm. Hat die klappt? Cool. Jetzt haben wir jetzt hier überall was zu stehen. Hm. Da ist eine Eins. Niemand sieht. Aber ich weiß nicht, warum. Premium, Premium. Hm. Was haben wir jetzt hier? Erziehen. Krippe ist besetzt. Oh. Oh, schade. Da hat jemand schon wieder... Äh, wie sind die Bältchen hier geliebt, ne? Hat das Gefühl. Na, der will mal noch einkaufen. Den stemmen jetzt aber hier drüben irgendwo hin. Ein bisschen Abstand. Und viel Essen. Jetzt, wenn sie einer noch was noch gekauft haben. Äh, Hundesachen haben wir auch noch nicht. Nö. Äh, ein Ball vielleicht. Wäre cool. Hm. Komfort. Okay. Sieht sehr komfortabel aus, dieser alte Sessel. Der erinnert so ein bisschen an Großmutters Seiten irgendwie. Der Staubfänger. Ja. Oh Gott. Na gut, ist ja nur für die Hunde, ne? Denen ist es ja egal, auf was die liegen. So, das würde ich gerne auch erziehen, aber wir sind ja irgendwie voll. Einen Jagdhund hätten die gerne. Fünf. Ja, wie kann ich denn das machen? Sind besetzt? Hm. Okay. Schon wieder Liebe machen? Hm. So, kostenlos beschleunigen, kostenlos beschleunigen. Hallo. Erinnert mir so ein bisschen an Susi. Susi und Sträuch. Erstmal ein bisschen hochpaddeln hier. So. Und dann ein bisschen liebhaben. Und dann ein bisschen liebhaben. So, dann habe ich doch bestimmt die andere Aufgaben auch fast fertig. Und es sind die Besten. Das stimmt. Kann man nicht anders sagen. Aber Katzen auch. Mops. Ein Mops. Schätze, wir haben heute einen Mops. Oder zwei Mopschen. Prima. Ganz prima. So, jetzt kann man hier wieder was sammeln. Und Diamant. Und wieder mal Werbung zwischendurch. Wie soll es auch anders sein bei solchen Spielen? Per Handy. Und dann kann man das manchmal auch ein bisschen beschleunigen. Da ist ein Kreuz. So. Bestellen. Dann bestellen wir doch. Bitte. So. So. Der Raum ist ja schon wieder frei. Stimm dir. So. 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 Irgendeine Hunde rasselt die vielleicht noch nie drin, aber ja. Genau. Dot, 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 Circle K CF. Fertig. Gut. Trotzdem bin ich noch erstaunt, dass die Hunde nichts zu trinken brauchen. Für wirkliche Helden. züchten dass man die ganze zeit leider noch nicht aber jetzt muss ich was haben zimmer zimmer zwei kostenlos ok jetzt kriegen das nächste späte das ist mein zimmer ohne irgendwas sieht sehr sehr züchten ohne trainer kann er fliegen die gestreifte würde ich jetzt nicht nehmen ach ich nehme mal den den ländern so ein fliegender teppich wäre schön wenn er wirklich fliegen könnte zeit für abenteuer kann man sowas schon machen ach nee der schon wieder beschäftigt tägliche quest geht noch nicht das geht nur ok apropos muss doch irgendwas noch sein wegen essen oder das sind noch bälle spiel zu die kristen trinken ja sie wirklich nicht das gut zwischen 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 jetzt machen wir schon Jetzt haben wir ja mitbekommen, ja, dass die Hunde die besten sind. Jetzt kriegen wir wieder die nächsten. Aber irgendwie ist hier noch nichts freigeschaltet. Gewöhnliche Hunde. Hütehunde. Aha. Gut. Ne, warte mal kurz, Kindergarten, Kindergarten, da war doch eben gerade was wegen Kindergartenkinder. Züchten. Wo war denn das mit den Kindergartenkindern gerade? Da wird doch jemand Stufe 5 haben. Da. Ich hätte doch jemanden. Ach so, den Labrador. Oh. Ja, den Labrador hatte ich irgendwie noch nicht. Also ich hatte für den irgendwie sowas, aber... Tja, was soll ich jetzt sagen? Gut. Dann haben wir das noch nicht ganz so fertig. So, der Koch. So, der erste Teil. Nehmen wir wieder ein paar Pfötchen. Ach, hier gucke ich mir wieder irgendwas an und finde nichts. So, erziehen. Krippe ist besetzt. Krippe ist besetzt. Krippe ist besetzt. Okay. Geht auch. Oh, hier nämlich schon echt. aber ich hatte ja noch ein zimmer gehabt wenn ich da hinkomme was cool so genauten nutzt man nur zwei da geht es ja komischerweise ach du möchtest mal na supi mal was andere das andere so kühlchen oder was da sein neuer fußboden ja wie komme ich nicht zu dem anderen zimmer der hund ist ja darüber ach da ok bei krisi ist ja noch nichts hier ist ein hund der hat nichts einkaufen ach so ok nichtsdestotrotz müssen wir noch ein bisschen was im zimmer machen rosa teppich na das sieht doch schon gut aus haben auch gleich nochmal was für die wand da was haben wir denn so schönes hier also das habe ich ja schon oder na gut ist ein bisschen anders so die vorhänge sind leider gar nicht sehr sexy aber ich glaube da können wir erstmal jetzt machen okay wir nehmen haustür so sammeln und wir haben stufe 8 was denn los sehr schön ok und dann müsste er also könnte ich ja so kann ich mir jetzt mal den abfahrt hier braucht jemand erst mal irgendwie leckerli oder irgendwas Okay, ui, Schmuli, Schmuli, hm, noch einer? So. Ja, aber jetzt wollte ich noch mal gucken. Hm, vorhin konnte ich da was machen. Jetzt ist es schon wieder, hm. Hm, Apfel sammeln und nein. Oh, die Ernährung sieht man gar nichts. Ist so duster. Ach der. So, jetzt habe ich den eingekauft. Kann ich den jetzt endlich hier irgendwie? Gut, nochmal Werbung zum Beschleunigen. Es tut mir ganz so leid. Komm, 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 komm. Ich werde euch nöger oder später finden. Komm, 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 komm. So, und nun geht es immer noch nicht. Habe ich ja. Ne, ich will ihn nicht verkaufen, ich hätte ihn gern. Geht er jetzt? Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann geht es Nummer 2, weil irgendwie fehlt da noch Napf und alles drum und dran. Ach, da ist er ja. Super. Ich glaube, das ist dann jetzt auch mit dem Kindergarten. Und zwar bräuchten wir einen riesengroßen Eimer, denn bräuchten wir eigentlich auch Möbel. Genau. Und zack. Erstmal wieder zurück. So. Wie war denn das jetzt? Ne, das wäre nicht so. Schuhe mit Kindergartenkinder. Das war Zimmer. Ne, Inventar war es auch nicht. Hier bei Hunde. Ne, auch nicht. Da. So, Labrador. Ist das jetzt das Richtige? Oh, Gott sei Dank. Ich habe es verstanden. Null. Keine Teckel. Ah. Hausschuhe. Okay. Zwerghund. Mh. Bitte. Hammer gemacht. So. Was ist hier los? Ach, du siehst schon wieder aus. Wo warst du denn schon wieder? Schnubbelbubbel. Hm? Ich habe irgendwas schon wieder erreicht. Sammeln. Ich habe irgendwas schon wieder erreicht. Gut. Und. Und. Und sammeln. Weil wir haben was geschafft. Oh. 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 I got some crime. I got some crime for ya. Oh. 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 I'll find you sooner or later. Oh. 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 das haben wir das haben wir das haben wir das haben okay dann habe ich euch ein bisschen was gezeigt über die hunde welt dr für handy ich hoffe es hat euch gefallen und ich würde sagen dann sehen wir uns beim nächsten mal